all den unkenrufern zum trotz der markt erschießt aktuell in die höhe das ganze hat natürlich einen gewissen hintergrund nicht nur dass die leute offensichtlich nach wie vor bullisch eingestellt sind und bereitwillig jede gute nachricht dann entsprechend auch aufzunehmen es gab auch tatsächlich heute nachrichten wir können kurz drauf gucken 14.30 heute aus den usa wir sehen dass hier gab es cpi data cpi das sind die consumer price indices also der preisindex für die verbraucherpreise sozusagen und ihr seht die sind alle niedriger ausgefallen als zuvor und als erwartet beispielsweise hier cpi der einfache cpi auf jahressicht 4,0 war es 3,1 erwartet aber nur 3,0 also noch weniger als erwartet genauso im monatsvergleich unterhalb den erwartungen das ist immer im vergleich zu den erwartungen relativ interessant dann ist vielleicht von was anderem ausgegangen und da seht ihr alles unterhalb der erwartung unter der erwartung auch die kernrate beispielsweise sogar deutlich unter denen aber was heißt deutlich aber zumindest ein gutes stück mehr und das hat offensichtlich die leute positiv bewogen wieder auf der einstiegsseite mit dabei zu sein warum das ganze wir wollen nicht so sehr fundamental hier unterwegs sein ich hatte ja mit jörg auch am wochenende ein interessantes gespräch dr jörg rahn viele von euch haben es vielleicht schon gesehen der auch über die fundamentale situation oder die zyklische situation mal gesprochen hat und wenn ihr es gesehen habt er hat ja nicht gesagt es geht jetzt sofort runter aber bis jahresende vorläufig aktuelle allerdings noch nicht so und da sind wir auf dem aktuellen bild das ist jetzt hier der dax so ein bisschen so intraday so ein zwischending zwischen intraday und tagesbasis und dann sehen wir starke aufwärtsbewegung immer noch von diesem ausgangspunkt und das macht ein sehr gutes schlanken fuß würde man sagen oder ist ein sehr gutes zeichen man muss ein bisschen vorsichtig sein wie sieht das aus hier haben wir hier so ein bisschen trendkanal mäßig da muss man sich ein bisschen überlegen lügen wo oben ein bisschen jetzt stimmt es oben dann ist unten nicht ganz korrekt jetzt stimmt unten dann ist es da oben nicht ganz korrekt die grüne marke hier die repräsentiert quasi diese größe hier nochmal weil ich einfach wissen wollte wenn ich das gleiche nochmal kriege wo wäre das dann in etwa dann können ungefähr ablesen das war da und da sind wir jetzt durch dass wir dadurch sind würde ich jetzt nicht übergewichten oder überbewerten es ist allerdings zumindest mal kein schlechtes zeichen dass wir hier an der oberseite des trendkanals jetzt angekommen sind und es eine starke bewegung war wir haben hier in den letzten vielen stunden seit unserem wunsch tief sage ich mal da hatten wir mehrere fibromarken die prädestiniert sind dafür dass der kurs eben dreht einen starken anstieg und der sieht so stark aus dass die nächste korrektur nach unten eine einladung für käufe ist also für alle die die jetzt schon long sind vielleicht beim dax oder long positionen haben es hat sich nichts verändert es ist weiterhin ein bullisches bild für diejenigen die noch kaufen wollen vielleicht nach kaufen wollen positionen erweitern wäre aus meiner sicht ein rücksetzer ungefähr wieder in die hälfte dieses bereichs das ist so ungefähr 15.700 das können wir uns noch eine stufe genauer angucken nämlich im intraday chart machen wir da gehen wir noch mal eine stufe kleiner das ist der anstieg hier im fünf minuten chart beispielsweise bin ich da so von ungefähr tiefsten punkt bis ungefähr höchsten punkt das muss jetzt nicht millimeter genau sein bitte passt das nicht millimeter genau auf aber ungefähr 15.800 15.600 60 70 40 nicht 40 50 von mir aus nehmen wir mal an es bleibt bei diesem hoch im index dann wäre das für eine korrektur meine zielhöhe im prinzip das analoge beispiel zu diesem anstieg und diesem rücksetzer ihr seht das ist da müssen wir noch mal intern gucken ob wir das ein bisschen pinpointen können hier also noch ein bisschen verengen können wo wir den dreh erwarten da haben wir hier ja relativ pünktlich eigentlich an den unterstützungsmarken hier dann den dreh auch tatsächlich gehabt im moment bleiben wir in der außen box also quasi diese außen box dieser bewegung wenn es bei diesem hoch bleibt also ungefähr 15.800 15.650 so ein bisschen höher vielleicht als die marke das wäre finde ich eine ganz gute interessante marke wenn er korrektiv hingeht also jetzt kaufen nein aus meiner sicht nicht natürlich kann der kurs noch weiter steigen der kann jetzt ein bisschen steigen und danach in die pause gehen kann auch ganz schnell weiter steigen für mich sind das aber jetzt keine einstiegskurse hier warum nicht weil dann meine stopp meine chance risikorelation das passt nicht so gut ich weiß viele gehen davon aus ich muss es immer wieder betonen weil natürlich auch immer wieder neue leute sich das angucken die das noch nie gesehen haben bei mir die davon ausgehen ja jetzt hier er als berufshändler der macht das hier im team gibt an wie ein sack sülze dass er alles kann naja ich hoffe das kommt nicht so rüber da würde ja wohl wissen was der markt als nächstes macht nein wir wissen nicht was passiert ich auch ich weiß es nicht trotz der berufstätigkeit der jahrzehntelangen erfahrung 30 jahre mache ich das jetzt hier also insofern ich auch ich weiß es nicht ich was ich aber weiß ist wie ich den trade gestalten muss wenn wir hier eine korrektur eben bekommen das ist eine relativ einfache geschichte so ein bisschen übungsbeispiel wenn wir eine starke bewegung haben wenn wir eine dreiwellige oder andere korrekturbewegung haben sind die zwischenhochs sinnvolle einstiege um dann rein zu gehen in der erwartungshaltung dass es ein bisschen weiter geht vielleicht dann noch weiter vielleicht dreht er dann auch aber erstmal schnell weg geht von diesen niveaus genau das ist die überlegung die wir jetzt hier haben sobald wir einen rücksetzer haben kommt er jetzt keine ahnung wenn er kommt dann bin ich mit an bord der rücksetzer muss aber korrektiv sein dreiwellig oder eben mehrwellig mit kursüberschneidung so dass die gegenbewegungen eben überschneiden sind dann bin ich mit im boot dann ist es das klassische bild und dann ist das eine super geschichte also da wäre dann meine bereitschaft position noch mal zu erweitern zu sagen kommt da baut man noch mal ein bisschen was auf sehr sehr groß denn das ist das ding um reinzukommen aus unserer sicht zumindest so also bullisches bild ich weiß es gibt viele die sagen das ist doch total irrational ja mach sein aber ich muss halt das machen was die marktteilnehmer machen ich kann ja schlecht sagen hey leute ich weiß es eh besser und alle kaufen nur ich verkaufe das ist dann auch nicht so sinnvoll also insofern ist das im moment heulen mit den wölfen es sieht nach wie vor aus dass das bild mit den 18.000 dass ich ja immer wieder mal angesprochen habe im play ist noch mal der hinweis gekillt würde das bild oder maßgeblich beschädigt würde das bild wenn wir unter 15.100 gehen alles oberhalb also selbst wenn er jetzt noch mal tiefer gehen würde aber oberhalb der 15.100 bliebe wäre ich immer noch auf der bullischen seite warum weil das hier korrektiv dann wäre nur wenn wir da durchgehen dann muss ich sagen ja vielleicht ist doch alles ganz anders das wäre der killer im großen bild im kleinen bild sehe ich aber im moment gar nicht so sehr dass der der druck nach unten ist wenn auch wirklich die abwärtsbewegung korrektiv ist ist das eine wunderbare einleitung einladung für long warum nicht jetzt einsteigen wartet auf diese bestätigung und wenn sie nicht jetzt passiert wenn der kurs noch weiter klettert dann wartet halt dann auf diese bestätigung rechnet nur damit dass gemessen an dieser länge wie lang auch immer die ist ungefähr auf die hälfte messt mit fibonacci tiefster punkt höchster punkt dann wisst ihr ungefähr die hälfte beziehungsweise wer fibonacci lesen kann 38 50 61 acht ein bisschen drunter oder drüber und korrektiv also weiterhin bullisch ich würde auf den rücksetzer warten also nicht würde sondern wir werden auf den rücksetzer warten aber das ist meine empfehlung nicht jetzt hier einfach einzusteigen sondern wartet auf die nächste korrektur die euch dann eben einen schönen einstieg dann eben entsprechend beschert weiterhin ansonsten im übergeordneten bleibt das bild auf der bullischen seite so bei den amerikanern dow jones sieht es natürlich relativ ähnlich aus ich glaube den alten tiefpunkt der müssen wir nicht noch mal besprechen da sind wir schon drüber drüber hinaus sozusagen was wir jetzt hatten ist dieses hier ist das ein einstiegspunkt ich habe den nie erwähnt ich finde den auch nicht so toll an sich finde ich ihn gut ich mache mal das da unten weg das brauchen wir im moment nicht mehr an sich finde ich den gut weil es ist die logik impuls korrektur und entry und ich erwarte ja 38.000 eine von einige von euch erinnern sich ich hatte hier im größeren bild mal angedeutet dass ich einen anstieg bis ungefähr bis in die 38.000 er marke in die zone sehr gut vorstellen kann schub hoch korrektiv runter haben wir hier auf wochenbasis und eben diese 38.000 einfach noch mal darüber würden wir neues allzeit hoch kriegen und da wird dann neu verhandelt ob es weiter geht oder runter das werden wir hier sehen je nachdem wie die nachrichtenlage da ist und die marktteilnehmer darauf reagieren so dafür müsste es auf dem weg nach oben korrektiv runter gehen und immer impulsiv hoch gehen wir haben das hier im tageschart impulsiv hoch korrektiv runter impulsiv hoch korrektiv runter warum ist das kein entry also das ist ein entry den kann man auch als entry nehmen ich persönlich bin aber kein besonderer liebhaber wenn der sehr dicht an dieser marke ist das ist hier auf tagesebene ja also das hoch vom ende juni und das hoch vom mitte juni die sind ähnlich hoch denn wir sind jetzt sehr stark gestiegen und natürlich kann man hier einfach long gehen nach der gleichen methodik hier hatten wir ja auch schon gesagt da waren long einstieg ja also für uns nichts neues mehr das hatten wir ja schon häufig besprochen hier auch in den videos also das war ein long einstieg die logik ist hier die gleiche jetzt sind wir aber sehr lang gestiegen völlig unkorrigiert und ich finde es in so einer situation besser dann jetzt auf diese korrektur zu warten wann auch immer die kommt wenn wir glück haben kommt die jetzt bald ich würde es nicht mal wundern sehr häufig wenn wir da drüber oder sogar hier drüber gehen also dies hoch vom mitte juni noch mal durchstoßen dann kommt der rücksetzer das ist sehr sehr typisch und das wäre jetzt meine erwartungshaltung dass das passiert wenn ich jetzt hier einsteige aktuell oder eingestiegen wäre oder wir sind ja noch da in der nähe da könnte man ja immer noch überlegen will ich das dann ist die gefahr halt groß er klettert dann noch ein bisschen und danach kommt der rücksetzer das heißt ich habe mein geld für diese zeit nämlich bis er runter kommt und ja aber auch wieder da auf das niveau hoch kommt habe ich das geld in dieser zeit blockiert unnötig für einen trade bei dem ich eh keine erwartungshaltung habe dass er groß vortrieb hat und ich habe ja das restrisiko ich gehe davon aus wenn es korrektiv ist dass es hoch geht aber ich habe ja keine garantie dass es korrektiv ist ausschließen können wir nicht dass der kurs sogar noch mal tiefer geht stichwort wäre zum beispiel eine seitwärts korrektur und so weiter viele von euch wissen was ich meine und dann finde ich natürlich den einstiegspunkt suboptimal deshalb für uns nicht dieser einstiegspunkt jetzt hier das maß aller dinge also da oben long zu gehen sondern dass wir sagen mensch jetzt sind wir doch hier mehr oder weniger unkorrigiert hier auf dem weg nach oben unterwegs dann kommt denn die korrektur naja bald wir wissen noch nicht genau wo sie kommt aber ich habe gesagt so ich den nagel habe ich mal in die wand ungefähr von diesen niveaus wo wir hier drüber sind das ende juni das ende juni hoch oder aber vielleicht auch noch mal dieses mitte juni hoch durchstoßen irgendwo hier erwarte ich kommt der kurs eine pause und pause wir erinnern uns gerne in den mittleren bereich tiefster punkt und dann höchster punkt den kann ich jetzt noch raten ich mache den mal einfach halber nicht hier ich mache ihn mal in die mitte also irgendwo also theoretisch können wir jetzt den ja schon so machen weil da haben wir schon den höchsten ich mache ihn mal ungefähr in die mitte dieser geschichte kann also ein bisschen tiefer sein kann ein bisschen höher sein irgendwo hier würde ich erwarten dass der kurs mal langsam in den dreh reinkommt und in eine pause reinkommt ich habe es mal von da bis angenommener weise hier das ist jetzt wirklich nur geraten aber scheint mir durchaus plausibel dass es irgendwo in der box passiert und dann brauche ich einen rücksetzer der mich korrektiv irgendwo da rein bringt korrektiv heißt drei wellig oder vielleicht auch mehr wellig mit überschneidung und dann habe ich hier mein einstieg und wer jetzt sagt ist das ein großer unterschied ob ich da einsteige oder jetzt aktuell hier das ist doch fast das gleiche niveau noch da einsteigen zwei punkte weshalb wir das nicht tun natürlich kann man da einsteigen aber drei punkte sogar punkt eins ist ich blockiere jetzt mein geld und muss eventuell bis dahin warten bis ich dann wieder irgendwie auf höheres niveau komme das heißt so lange kann ich mit dem geld was anderes machen manch einer je nachdem der vielleicht mit kontrakten mit finanzierungskosten arbeitet das können cfds zum beispiel sein das können auch optionsscheine sein die dann eben zeitwertverlust haben für die ist das unnütz zeitverschwendung sozusagen aber selbst wenn ihr welche habt ohne also nehmen wir an bei einer aktie beispielsweise das jetzt ja hier der dow jones das ist ja in dem fall ein bisschen was anderes aber nehmen wir an ihr habt das gleiche problem bei einer aktie dann habt ihr das geld blockiert und könntet in der zeit mit dem gleichen geld noch fünf andere trades machen die vielleicht in dem moment lukrativer sind punkt zwei ist wir wissen ja noch nicht ob es korrektiv runter ist stellt euch vor der geht jetzt so runter dann seid ihr heilfroh dass ihr nicht schon long seid weil dann ist die erwartungshaltung sogar dass es vielleicht sogar noch tiefer geht und ihr noch mehr im risiko seid und das dritte ist wo würdet ihr das ganze stoppen das heißt vielleicht kann man hier stoppen das wäre eine möglichkeit dass man hier sein stopp hinlegt aber nehmen wir mal an wir haben jetzt hier irgendwie so eine schöne korrektur irgendwie sowas dann kann ich möglicherweise den stopp sogar schon hier drunter legen oder auf die 78er dann und engerer stopp bedeutet immer größere positionsgröße bedeutet immer mehr spaß wenn es dann wirklich läuft also es gibt durchaus gute gründe nicht jetzt long zu gehen nachteil ist allerdings wenn ich hier falsch liege und der kurs tatsächlich nicht hier dreht das ist ja nicht sicher das ist nur eine annahme die ich sehr gut finde aber wir wissen alle dass annahmen nicht immer gleich aufgehen und der kurs rennt weiter bin ich vorläufig nicht mit dabei zumindest mal nicht mit dem trade mit dem trade natürlich weiterhin da hat sich ja nichts dran geändert aber da bin ich nicht noch mal neu zusätzlich long gegangen und dann habe ich was verpasst finde ich nicht ganz so schlimm weil selbst wenn er erst noch mal weiter läuft wird es früher oder später trotzdem eine korrektur geben und ich habe dann immer noch die möglichkeit einzusteigen vielleicht ein bisschen höher aber ich habe wieder den zeitfaktor auf der einen seite und ich habe wieder die möglichkeit den stopp ein bisschen enger dran zu ziehen weil ich dann diese tiefmarke nach der korrektur habe und dementsprechend dann ein besseres chance risiko verhältnis auch für weiter folgende bewegung bekommen ich hoffe dass es jetzt nicht zu komplex war ich weiß viele wünschen sich menschen erzählen nicht so viel rum sag uns einfach wo der kurs hingeht und ich sage euch von vornherein ich habe keine ahnung ich weiß es nicht was ich machen kann als händler ist ich kann gucken welche szenarien häufig höre ich immer ja so viele szenarien immer alles möglich richtig das ist theoretisch würde man sagen dessen feature das kein nachteil sondern das ist gut so dass ich verschiedene ideen habe warum weil ich dann die gestaltung vornehmen kann welche idee will ich haben und wie muss ich die gestaltung vornehmen dass wenn diese idee gut geht ich dann noch profitiere und wenn diese idee falsch ist dass sie möglichst wenig dadurch verliere ich weiß das ist für viele nicht gut nachvollziehbar die sagen einfach nein hey ich will nicht mehrere szenarien du musst mir sagen was passiert bitte gewöhnt euch diesen gedankengang ab das ist nicht händler das ist lotto scheinspieler sagen wir mal eben die zahlen von nächster woche finde ich auch cool wenn man das kann aber das ist ein sehr seltener beruf lotto schein zahlen vorhersager genauso ist es bei kurs vorher also vorhersage gibt es leider ganz viele aber das ist nicht die aufgabe eines händlers ja also ein händler weiß ja auch nicht was vorher passiert aber er kann die verschiedenen szenarien einsortieren vielleicht noch so ein bisschen wie wahrscheinlich ist etwas und wie gestaltet er das ich hoffe dass das in diesem beispiel ein bisschen klarer geworden ist so zusammengefasst dow jones ich bin super bullisch eingestellt wie gesagt ich warte auf rücksetzer um noch mal positionen zu erweitern das würde ich grundsätzlich als die bessere variante empfinden als jetzt rein zu gehen trotz alledem alles insgesamt bullisches szenario nach wie vor das bild 38.000 plus x kann ja auch mehr werden aber 38.000 halte ich für nicht unbedingt unerwartbar wenn wir doch bei denen so weit nach oben gehen dax 18.000 38 beim dow wie sieht es dann beim s&p aus naja der ist jetzt auch tapfer gestiegen wir sind im bullischen markt dieses szenario war möglich das war ein szenario wo ich gesagt habe dann selbst wenn er hier runter ginge ist es immer noch ein bullisches bild daran hat sich nichts geändert nur dass es gar nicht ausgenutzt hat hat er gesagt schickrüdiger brauchen wir nicht ist in ordnung gönnen wir ihm wir sind weiter im bullischen bild und ich gehe davon aus dass wir allzeithochs neu ansteuern allzeithochs noch mal zur erinnerung sind ungefähr 4800 also 4800 ungefähr jetzt hier im langfristigen bild wenn ihr es am chart selber gucken wollt naja allzeithoch kann man gleich finden hoppla wann war es im januar 2022 also ich gehe davon aus dass wir bis dahin laufen die vermute aber weil wir bisher so diese kleineren korrekturen haben früher oder später werden mit eine größere wieder mal bekommen zb diese hier die werden wir irgendwann mal bekommen solange diese oberhalb der 4200 ist es eh unkritisch also wir müssen damit rechnen dass das bald kommt ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob wir irgendwo jetzt hier erst sind oder ob es diese korrektur ist ich vermute aber dass als nächstes erst mal diese größe noch mal kommt danach geht es noch mal nach oben und danach kommt diese größe erst mal also ihr seht wir haben noch eine menge potenzial aber wir müssen mit rücksetzern in den jeweiligen größenordnungen rechnen die sind noch keine killer des bullenmarktes ja also auch ein rücksetzer dieser art den ich jetzt im moment nicht erwarte also ich gehe davon aus dass wir vorher noch ein gutes stück hochgehen aber selbst das wäre nicht kritisch so die zeichnung können wir theoretisch jetzt rausnehmen aktuell würde ich uns ungefähr so verorten dass wir jetzt da sind und irgendwann noch mal so eine korrektur kommt im schlimmsten fall jetzt diese da bin ich mir nicht ganz sicher von der internen zuordnung ob als nächstes noch mal die kleinere kommt oder ob als nächstes schon mal die größere kommt für das große bild beide aber kein schaden für das kleine bild aber beides kein so toller einstiegszeitpunkt jetzt deshalb bin ich da am wenigsten bullisch vom long einstieg ich hatte beim nasdaq hatte ich euch einen vorschlag gemacht nasdaq ist ähnlich wie s&p müssen wir nicht groß angucken auch da geht es um die allzeithochs hier die wir hatten das war dezember 21 januar 22 bei den indizes so als als idee oder richtungsgeschichte gucken wir uns den vier stunden chart an ich hatte euch den hier als ein einstiegspunkt vorgeschlagen als eine idee quasi das 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 dann a b c in die blaue kiste das haben wir gesehen und das ist ein möglicher einstiegspunkt ich war mir nicht so sicher ob wir den tatsächlich erreichen aber wir haben ihn nun jetzt erreicht also insofern das ist in ordnung jetzt müssen nur noch mal gucken wie weit geht das denn und ihr müsst auf eine sache müsst ihr aufpassen da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein nämlich ich will nicht ausschließen dass folgendes passiert jetzt komme ich wieder mit zwei varianten aber keine sorge ich zeige euch an welchen stellen welches verhalten sinnvoll ist so also zwei varianten die für realistisch erachte wir sind doch ebullisch eingestellt es geht jetzt nach oben wir hatten hier so einen halben fünf feller hier hoch a b c runter und jetzt geht das hier weiter und dann gibt es mal wieder eine pause und dann geht das weiter irgendwie sowas in der art hey cool müssen uns keine gedanken machen einfach die long seite mitnehmen stop sinnvoll nachziehen das heißt nicht zu eng wir erwarten ja hier einen richtig bullischen markt damit wir den auch mitnehmen können okay so lassen wir es mal so unkonkret mit dem stopp es gibt aber eine zweite variante die wir nicht ausschließen können im gegenteil die sogar typisch ist typisch heißt nicht dass sie zwingend ist bitte bitte versteht den unterschied die andere variante ist wir sind hier ab fünf fällig hoch a b c runter und machen hier noch mal fünf fällig hoch und dann ist das fertig dann sind wir mit einem a b c nach oben gelaufen dann haben wir eine a b c runter eine a b c hoch und anschließend gibt es noch mal eine abwärtsbewegung und dann ist das insgesamt einige werden es jetzt schon erkennen eine seitwärts korrektur konkreten flat diese art der korrektur kommt so häufig vor dass wir um himmels willen nicht ausschließen können dass das der fall ist und ich weiß jetzt sind einige ja super jetzt habe ich wieder beide richtungen das tolle ist aber ich kann doch wieder meine maßnahmen entsprechend machen so wo ist dieser hochpunkt zu erwarten ungefähr dazu messen wir mal so ein bisschen diese eins zu eins projektion das heißt tiefster punkt hier höchster punkt da tiefster punkt hier das heißt ungefähr hier bei 15.650 ja so in der richtung einfach eine eins zu eins ist können zeigefinger daumen machen geht auf euren chart zeigefinger daumen die länge zack und die länge noch mal das ist alles da ungefähr ist das realistisch ihr könnt auch mit einer fibonacci extension arbeiten dafür misst man gegenbewegung gegenbewegung eins ist quasi von dem höchsten punkt bis zu dem tiefsten punkt hier dann seht ihr witzigerweise ist ja auch die 127 20 in dem bereich das ist einfach nur hier runter gemessen und dann das da und ihr könnt noch mal diesen messen diese ist auch eine gegenbewegung von dem höchsten punkt da bis zum tiefsten punkt da und dann seht ihr dass wir und die 161er marke da ist wie brauchen wir nicht zwingend durch eine einzelmarke wir erwarten ja eher dass es die 100 prozent dass die gelbe linie ist das heißt da oben hier wird was entschieden hier werden einige marktteilnehmer genau gucken welche nachrichten rauskommen sind es gute nachrichten sind es schlechte nachrichten hier wird entschieden was als nächstes passiert da wird entschieden ob der markt weiter bullisch direkt läuft oder ob er diese pause macht und aus meiner erwartungshaltung später weiter nach oben geht so das kann ich euch jetzt ganz sicher sagen dass ich das nicht weiß was da passiert wie auch ich kriege keine termine vorab genannt ich habe das nicht das tolle ist ich kann aber die planung da wunderbar vorab machen warum ich weiß dass das ein kritisches ding ist wo entschieden wird ob es weiter hoch geht oder nicht wenn ich hier tatsächlich mein einstieg wie es mal ja gestern glaube ich oder die tage in den vorgeschlagen habe hier da mein einstieg habe weiß ich wenn der kurs hier ist sollte ich spätestens dann an der stelle nicht mehr groß minus sein das heißt ich kann den stopp na wo auch immer vielleicht habt ihr den stopp da unten gehabt ziehe ich ihn auf den einstieg vielleicht habt ihr den stopp hier auf diesen marken gehabt dann zieht ihr auf den einstieg wenn der kurs dann einen rücksetzer einen kleinen korrektiven macht überlebt ihr das ist alles gut und wenn der kurs tiefer geht seid ihr halt raus okay aber habt ihr auch nichts wirklich riskiert das heißt obwohl ich keine ahnung habe da seht ihr mal der kerl hat überhaupt keinen plan was passiert naja plan habe ich schon aber ich habe ich weiß eben nicht was passiert habe ich eine gute sinnvolle handels idee in dem ich sagen kann wenn es weiter steigt stört mich dieser stopp eh nicht wenn es aber wirklich runter geht fliege ich hier raus habe nichts im risiko mehr und kann dann später hier wieder versuchen eine neue longposition zu starten wenn ihr das nicht wollt dann muss euer stopp irgendwo hier unten liegen weil ihr müsst damit rechnen dass wir eine abc korrektur haben ist eine ganz normale seitwärts korrektur ungefähr die hälfte aller korrekturen sind seitwärts korrekturen für die die das nicht einschätzen können scharfe korrekturen am stark fallend also höchster punkt ist der mittlere punkt tiefer eine seitwärts korrektur ist auch dreiwellig aber ist der sogar gerne drüber über diesen punkt muss nicht kann auch leicht drunter sein aber gerne auch drüber das wäre hier der fall diese korrekturen sind ungefähr ähnlich häufig also ihr könnt nicht sagen ja das kommt ja nicht vor doch doch statistisch gesehen ist sogar ehrlich gesagt die seitwärts korrektur etwas häufiger als die scharfe korrektur weil aber das ist eine andere geschichte müssen wir jetzt nicht intensivieren na gut also insofern obwohl wir keine ahnung haben was als nächstes passiert haben wir ein paar überlegungen und haben eine sinnvolle handlungsweise daraus die eine sehr hohe erwartungshaltung hat dass wir das positive auflösen können nicht zwingend wir können nicht sicher sagen dass das die beste lösung ist aber wir können sagen das ist immerhin so gut dass das eine menge spaß macht und da seht ihr auch warum ich hier nicht mehr gerne long gehe ich könnte ja auch hier noch long gehen ich weiß dass einige ja auch noch kaufen ist aber nicht typischerweise institutioneller handel institutionelle händler machen das typischerweise nicht die würden dann erst wieder warten bis der nächste rücksetzer kommt um nach einer korrektur zu kaufen warum nicht da ist doch auch noch gut geht ja auch noch höher das problem ist wo ist dann euer stopp wenn der hier liegt oder sogar da habt ihr keine guten chance risiko verhältnisse und wenn der kurs hier ist den stopp dann hier zu haben auf dem einstieg das ist zu eng denn es kann jederzeit passieren pause zack pause ihr werdet ausgestoppt und das läuft weiter ihr habt also recht mit dem bullischen bild werdet aber hier ausgestoppt weil ihr einen blöden einstieg hattet also ich hoffe dass das ein bisschen nachvollziehbar ist und ich muss das mal so ein bisschen entmystifizieren weil viele immer noch davon ausgehen ich sehe das immer wieder an kommentaren teilweise an diesen videos aber auch an anderen stellen wo ich dann sehe ja aber du musst doch sagen können was jetzt als nächstes passiert das ist nicht die aufgabe und leider auch nicht die fähigkeit des händlers die fähigkeit des händlers ist die gestaltung trotz verschiedener varianten immer auf der eher besseren seite zu sein ich kann es nur so häufig wiederholen wenn ihr andere pläne habt macht was anderes aber macht nicht handel aus meiner sicht ist das also das kann ich sagen ihr müsst es nicht machen wie ich das mache das ist jetzt unsere vorgehensweise es gibt verschiedene varianten wie man den handel betreiben kann aber wenn euer ziel ist wenn ich lange genug gelernt habe kann ich die zukunft vorhersehen da muss ich euch enttäuschen das werdet ihr genauso wenig erreichen wie alle anderen die das vorher versucht haben da bin ich mir ziemlich sicher es sei denn ihr habt das mit der zeitreise hingekriegt dann ruft mich an da bin ich wieder mit an bord euch alles gute ich wünsche euch dass ihr egal wie ihr euch entscheidet ob ihr das so ähnlich macht wie wir oder ob in anderen ansatz habt dass ihr eure trade sinnvoll umsetzen kann könnt das wünsche ich euch von ganzem herzen so oder so in diesem sinne euch alles gute und liebe grüße